Sauber. Sauber. Crafting. Ne, wo waren das jetzt? Fallen. Zäune. Einfacher Lattenzaun. Da müssen wir jetzt hier wieder zumachen. Ich will eigentlich nur da unten ein Stück. Wenn du irgendwo zu viele Zäune hast, kannst du die Beete und Hakenstürze ernten. Was spart den Dünger, wenn du gleich anbaust? Ah, alles klar. So, ich hätte das gern. Hier so, aber dass wir hier, genau. Hier wollen wir rein. So. Und dann sollten wir uns jetzt jemanden noch tatsächlich, jemanden ranholen, der uns Sachen sammelt, ne? Denke ich. Weil wie gesagt, ich weiß jetzt noch gar nicht, was wir aus dem, aus dem Dings dann rauskriegen. Aus der Ernte. Guck mal, das Zeug wiegt es hier überall. Das ist ja cool. Vorher hat man das nie gesehen. Ich dachte, das wäre echt voll silken. Hier ist alles voll. So, und das noch. Das echte Johanneskraut. Irgendwann werden wir es auch gebrauchen können. Ich nehme alles mit. So, aber mehr müssen wir jetzt auf den Feldern nicht machen. Das wächst jetzt von alleine, nehme ich an. Okay, dann haben wir die Saat ausgebracht. Das ist auch gerade so angenehm, dass du jetzt nicht mehr die ganze Zeit die Fackel brauchst. So, muss ich dem Jäger jetzt eigentlich irgendwas zur Verfügung stellen? Oh, der hat ja alles. Oder man raucht die Dinge. Ja. Auch das ist eine Möglichkeit. War damals bestimmt noch nicht so krass wie heute. Also, dass es ein Straftatbestand wäre. So, Freunde. Da ist es wieder breitwegerig. So. Jetzt trinkst du mal was, mein Freund der Sonne. Sehr schön. Und dann pfeifen wir uns mal lecker Pilzkin rein. Ach nee, wir haben ja noch gebratenes Fleisch. Guck mal. So, wann baut man denn Roggen an? Roggen, habe ich gesehen, haben wir auch noch. Kann im Herbst gesät und im Frühling geerntet werden. Okay. Also, Roggen im Herbst. Naja, wir haben jetzt erstmal alles gesät, was wir sehen können. Dann gucken wir mal, dass es auch wächst. Weg. Sieht jetzt hier wenigstens ordentlich aus. Ach ja, und F5 drücken. Dass nicht wieder was verloren geht. So. Ich muss hier aber jetzt nichts mehr machen, ne? Nö, das wächst jetzt von alleine. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass es nicht wächst. Jetzt gucken wir aber noch mal ins Management. Oh, die Stimmung ist... Status, kein Holz. Oh, fuck. Der fängt schon an, äh, garstig zu werden. Der hat kein Holz, Leute. Der hat kein Holz. Ich hole dir Holz. Brennholz ins Lager. Ja, ich merke es. Oh, mein Gott. Da muss man... Ey, das ist ganz schön Stresseschef zu sein. Ich sag's euch gerade. So, wir müssen Brennholz machen. Wie ging denn Brennholz? Das habe ich doch auch schon gesehen. So. Ah ja, schnell ins Lager. Dass der junge Mann Brennholz kriegt. Sonst ist er so ein bisschen... Mimimimi. Ähm, nee. Hier, zack. Und R. Und alles, was geht. So, wo ist es? Brennholz. Brennholz. So, ist er jetzt happy? Kann er sich jetzt ein Feuerchen machen? Ja, jetzt kann er sich ein Feuerchen machen. Okay. Alter, das ist ja schon mit einem Stress. Überleg dir mal, du hast hier 50 Manneken rumlaufen. Das ist ja... Alter. 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 Aber ich habe ihn nur hier noch nicht rumstratzen sehen. Wo ist er denn? Wie ist das der jetzt nur in seiner... Ah, ja. Wenn du Tonbewurf an die Häuser klatschst, dann brauchen sie weniger Brennholz. Das ist ein guter Tipp. Frage. Stellt sich dann wieder, wie... Was war denn hier? Feder. Habe mal geforscht. Äh, Dienstag, denke ich. Seht aber heute Abend im... Äh, Plan, wenn ich den auf die Homepage setze. Ja, hast wieder bei Steam geguckt, ne? Vor euch kann man halt nichts geheim halten. Das heißt, er läuft zur Arbeit. Der Kerl ist Jäger. Der... Guck mal. Kann ich ihm jetzt eigentlich hier dieses... Ich habe es noch nicht so ganz geblickt, ne? Guck mal. Ich habe es noch nicht so ganz geblickt. Er ist Jäger. Ja. Er ist alles alleine. Mach du mal, Maverick. Mach du mal. So, der ist Jäger. Wie? Der braucht ein Haus im Dorf. Ja, dann... Kriegt der meins. Kann kein Ding. Und wir bauen uns ein neues. Wie weise ich ihm denn ein Haus zu? Hier, pass auf. Hier leben wir drin. Wie weise ich ihm denn da jetzt ein Haus zu? Wenn ich ihm das Haus... Wenn ich ihm das Haus gebe, ist es scheiße. Vielleicht bei Details anzeigen. Ne, pass auf. Wir machen das anders. Wir machen das anders. Der... Ich nehme jetzt das Haus hier oben. Doch, hat er doch. Hier, guck mal. Einfaches Haus. Kann ich die Namen von den Häusern ändern? Also ich habe ihm jetzt ein Haus zugewiesen. Die Frage ist bloß, welches? Dass welches weit weg ist? Echt? Genau deswegen will ich das jetzt gerade umdingsen. Pass mal auf. Wir nehmen das hier. Da ziehen wir jetzt ein. So. Und das kleine Haus hier. Details. Ne, das hat er. Guck. Das ist das kleine Haus hier. Und hier wohnt er drin. Okay. Das mit weniger Prozent ist das ältere. Genau. Das habe ich mir jetzt mal zur Not noch zugewiesen. Das ist das hier. Das ist unser altes Haus. Das habe ich mir jetzt nochmal zugewiesen. Achtung. Genau. Rasimir bin ich. Johnny vielmehr. Und hier ist das neue Haus. Und das habe ich jetzt ihm zugewiesen. Also jetzt müsste es passen. Das ist jetzt sein Haus. Und das hier ist seine Jagdhütte. So. Und jetzt muss er halt nur noch kommen und jagen gehen. Und nicht nur hier mir auf der Tasche liegen und nix machen. Verstehst du? Hier wächst auch noch nix. Ganz ungeduldig der Johnny, Alter. Ganz ungeduldig. So. Dann gehen wir noch ein bisschen Holz hacken. Wir warten jetzt mal so lange, bis das so ein bisschen angelaufen ist. Dann hätte ich gerne noch jemanden, so einen Sammler. Das heißt aber, der braucht auch ein Haus. Oder beziehungsweise wir müssen Johnny jetzt hier mal noch ein Haus hinbauen. So. Jetzt bin ich mal gespannt, woher... Zieht man den auf der Map? Ne, den siehst du nicht, ne? Da ist aber ein Ausrufezeichen. 30 Prozent. Ah ja, er geht wieder nach oben. Er hat eigentlich alles, was er braucht. Good boy. Es sollte ja dann gehen. Wir sollten mal eine andere Quest annehmen, weil die Quest ist bei mir buggy. Steuern zahlen. Ne, wir nehmen die. Müssen uns einen Bogen machen. Dafür brauchen wir Geld. So. Mal auf. Machen wir noch ein bisschen Brennholz. Schade, dass man die Namen nicht ändern kann. Ich hätte jetzt so tolle Namensideen jetzt wieder für den Typ da. Stimmt, Drake. Stimmt. So, Brennholz. Alles mal hier rüber. 36. Akzeptieren. So, das sollte ja jetzt erstmal ein bisschen reichen, oder? Das Roggenkorn legen wir mal hier rüber. Die Zwiebelsamen, die restlichen, legen wir mal hier rüber. Die Münzen haben wir 128. Stock, Stein. Die Federn können hier rüber. So, und dann legen wir den anderen Kram rüber zum Essen. Guck mal hier. Ah, der war schon, oder? Guck mal, hier haben wir einen neuen Fleisch. Das können wir braten. Ah, wie cool ist das denn? Den Wegerich, den behalten wir mal. Das Johanneskraut kann auch rüber. So. Stimmt. Ich würde ihn jetzt halt aber auch gerne mal sehen, wie er hier rumstratzt und jagt. Aber ich meine, er hätte schon was geholt, ne? So, kochen. Bratest du hier mal? Stimmt, das ist eine gute Idee. Dann kann ich mich vollpacken mit Sachen zum Verkaufen. Und dann können wir jedes Mal in der... Das ist eine top Idee. Wobei wir Johnny jetzt hier natürlich dann auch eine eigene Hütte hinbauen, ne? Ist ja klar. So. Das haben wir. Ach, unsere Hasenfalle. Da sollten wir auch mal reingucken. Sack. Ne, das müssen wir dann ins... Und die nehmen sich dann hier quasi aus dem Lager raus. Nämlich an, oder? Dass die sich dann hier leckeren Kram rausnehmen. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich zumindest. So, hier hatten wir noch ein bisschen Rundhölz rumliegen. Das sollten wir auch alles mitnehmen. Wächst da jetzt mittlerweile mal was? Nö. Jetzt ist die Frage, was... Ah, warte mal. Da können wir uns aber jetzt... Fällt mir eben gerade heiß ein. Da können wir uns jetzt einen Bogen machen. Weil jetzt können wir uns das Bogenrezept kaufen. Ähm... Fähigkeiten? Ne. Technologie? Jo. Und zwar Bogen. Für 100. Und was brauchen wir dafür? Rundholz und Leinfaden. Okay, den Leinfaden haben wir in unserer Putze. Auch das Bogenrezept. Boas Nobody. Mein L focus ist. Ich bin Jäisiindrezept. Also cauer difí, was so. Und das Bogenrezept Вотatted haben plane, Vielen Dank.